Im Shop, Leute, ähm, ob die Türen hinten zu sind. Weil sonst ist zu. Es geht nämlich hinter Eingänge und das ist dann ein bisschen mies sonst. Ja. Naja, aber irgendwie machen die Zombies auch die Türen auf, wa? Ja, aber dann kennen die uns erstmal gar nicht, würde ich sagen. Also, die so sehen die uns erstmal nicht. Oh, das lacht gerade wie Sau hier. Hm, merk schon. Aber das geht einfach noch. Mit der Axt, sag ich erstmal ein Ego-Perspektive, das geht einfach besser. Ich trinke erstmal was. So, haben wir getrunken. Ich würde sagen, dann lass jetzt mal irgendwo anders hingehen. Warte mal, ich muss ja mal was trinken hier. Zum Essen bräuchte ich mal langsam, glaube ich. Ah, ich hab zwei Bandagen, hab ich nur. Echsen hab ich gar nichts mehr. So, habt ihr gesehen, wie ich einen Zombie umgelegt habe? Ich weiß auch nicht wie. Ich hab einen Zombie im Rennen getötet. Echt? Ja, also, dass der angerannt kam und ich hab den dann getötet, weißt du. Cool. Gut, also... Na, dann würde ich sagen, geh ich vor, weil deine Waffe können wir dann aufheben für den Notfall. Ja. Jetzt können wir auch ein bisschen vorsichtiger gehen, dann können wir manchmal vielleicht ein Zombie umlegen. Wir könnten anfangen, das Krankenhaus zu suchen. Warte mal jetzt kurz. Erstmal muss ich hier... ...was wegschmeißen. Warte mal, ich muss mal was ausprobieren. Wo kann ich diese, äh, äh, diese Wasserflasche auffüllen eigentlich? Weiß ich nicht. Oh, da ist ein, äh, Zombie. Da ist ein Zombie. Stippt doch. Äh, wie stirbt denn die? Ich merke's. Blütest du? Nee. Von irgendwo schlussend. Doch, ja, du blütest... Was? Ich hab grad Schlüsse gehört, war das deine? Nein. Oh, scheiße. Runter, runter, Z! Runter! Schon wieder so ein, irgend so ein Affe, ey? Kann auch von meiner Waffe gewesen sein, also... ...die macht ja immer so komische Geräusche. Hm. Lass jetzt mal hingehen, irgendwo. Blütest du? Nein, ich hab nicht gerade mal bandagiert. Wie viel Blut hast du? Elftausend. Okay. Dann hast du ja mehr als Ecke. Ja. Na klar, gab 10.600. Hier kann man ins Haus reingehen. Wo bist du denn? Bin um die Ecke gelaufen. Also wieder im Eingang vorbei. Von Job. Da. Ja. Da kommt noch ein Zombie, pass auf. Steht doch einfach. Alter, was ist hier los? Ich treff den hier die ganze Zeit. Das ist so ein Kotzen, sowas. Sollte mal beruhm werden, ey. Oh, ich will den looten. Komm. Hat denn der bei Painkillers? Ja, nix ist etwas. Das ist so ein Hopper-Typ. Warte mal, was hab ich hier eigentlich bei, alles? Ich hab Painkiller. Eine Bandage. Und was zum Schießen. Was ist das hier? Achso, Hitpack. Okay. So, wo bist du? Hier ins Haus gelaufen. Was sind da die Jungen? Hier, hier ins Haus. Das ist die geilste Aussage in diesem Spiel. Hier ins Haus gelaufen. In welches denn? Ich komm wieder raus, da ist nichts drin. Hinter dir. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt, äh, ne? Kannst du mit der Axt besser umgehen als ich, bestimmt, oder? Naja, wir werden mal was in Tauschung, wa? Ja, weil ich kann mit der nicht treffen. Bitte mal. Ey, hoffentlich lassen wir die jetzt nicht fallen. Warte, ich lass als erstes fallen. Okay. Siehst du, die ist weg. Die ist weg? She is away. She axt. Das ist doch scheiße, ey. Lass uns wieder schnell rennen, würde ich sagen. Mann, ey. Was ist denn für ein, für ein... Echt, ey, Müll. Komm mal hinter mir her. Siehst mich, ja? Hm? Status will ich gar nicht. Was will der von mir? Communication, ach so. Oh, ich sehe viele Zombies. Oh, oh. Die können wir aber nie alle umrattern. Mein Freund. Nee, deswegen renne ich ja hier, was. Etwas abseits. Nichts. Naxt. Heb du die auf Hier im Haus Achso, das ist bei mir gerade vorbei gerannt Warte mal Machen wir das hier zu Hallo, du willst du machen Der will gerade irgendwie nicht So, jetzt Und Ja So, da Waffe Ich nehm die Waffe So Oben rechts sieht man jetzt auch Zombies killed, drei, aber davon null Headshots Weil, naja, habt ihr ja vielleicht gesehen Mein Blut, meine Körpertemperatur Mein Name und ja Wie viele Zombies hast du nochmal? Drei, oder? Drei, du Ich fünf Und Headshot zwei Wie ich weiter so gehen Ich werde jetzt doch ein bisschen vorsichtiger Kann man hinten reingehen Hinter uns Der ist deiner Das ist voll schwer, den zu treffen Irgendwie jetzt, ne? Ah, er ist tot Oh, der hat gar nichts bei dir Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? So, was ist hier alles? Hier haben wir Magazin für irgendeine Scheiße Eine Bandage Eine Bandage Ein Hunting Knife Ein Ein AK Magazin Aber alles, was nicht wirklich Lohnenswert für uns ist Egal, wenigstens etwas Jo So, warte mal, wo war ich denn? Da war ich, in diesem Zementhaus? Bestimmt Naja, ich glaube hier in das große Haus Kann man reingehen Mir bin aber nicht ganz sicher Was liegt hier denn? Ein großer, hast du einen Tank? Man kann ja auch Autos zusammenbauen, Leute Aber da, ne? Ist schon ein bisschen schwer Die ganzen Sachen zusammenzusuchen Aber ich habe keine Lust drauf jetzt gerade Müsste man sich mal mehr mit beschäftigen Aber guck mal, hier, pass auf Pass auf Pass auf Hier, bleibt mir hier stehen Cool, wa? Ah, da ist er Zombie, Zombie Hast du einen? Nö, du hast ihn Der war gerade knapp, ey Der hat mich schon angegriffen Hat mir bis 100 abgezogen Cool Gibt es hier eigentlich auch Schutzwesten oder so? Bist du das? Also ich habe mir von Kollegen erzählen lassen, dass es hier Tarn-Sachen gibt Aber wenn man die irgendwie nimmt, dann ist irgendwie dein Inventar-Fudge oder so Ist noch verbuggt anscheinend Da ist eine Haltung, da kann man reingehen Also Leute, wenn man, wenn jetzt andere Leute jetzt, die auch so in Let's Play machen, so hier lang gehen würden Würde ich es auch noch verstehen, aber Grafik-Bugs-FTV, aber Schon wieder Die ganze Zeit nur zu kriechen, ne, schon ein bisschen Naja, ich weiß nicht Bist du bei mir? Hallo? Hä? Wo gehst du denn hin, bitte? Hier, in der Dings Aha In der Halle Wird ja gerade gesagt, da kann man reingehen Warte mal, ich wollte mal hier was kicken hier hinten Ja, warte, ich komme Sind Gräber, wa? Mr. Green Mr. Green? Naja, ist es von Ja, ist, äh Wo bist du denn? Hier Warte, hier Guck mal zur Seite Links Also jetzt rechts, ja Dreh dich Na, hier Hey ja, Leute, ein bisschen Jo, cool Warte Ich glaube, was hast du gefunden Warte Komm mal her Wissen du Ja, hier hinter, Mann Geh mal hier Was ist denn das? Medizin Wie Medizin Bloodbag, lass uns doch von jeder zwei mitnehmen Bandagen, EpiPen Ah, da ist hier Morphin Was man da für, wenn man gebrochene Dings hat Ich nehme mir mal, äh Ein paar Bandagen Das kommt weg Bloodbag Das kommt weg Was kommt weg Alter, was nimmst du denn hier alles? Was, EpiPen? Was, EpiPen? Ich weiß auch nicht Ah, ich glaube, das brauchen wir auch irgendwie Ja, davon habe ich jetzt mal zwei Nehme ich davon mal mit Oder einen nehme ich davon mit, glaube ich Dafür dann lieber noch einen Painkiller mehr Ich habe auch noch einen Morphin Also Das hat sich doch gelohnt hier Wir können uns auch die Stelle merken Können wir vielleicht nochmal hinkommen Falls das hier nochmal ist Ich gehe da mal Dann war ja wohl anscheinend noch keiner Gehe ich mal nach oben gucken Ob da irgendwas ist Also diese Blutpakete, hast du ja gesagt Kann man nur, kann nur ein anderer die abverreichen Also Ja, eigentlich schon Das habe ich gelesen Ob es wirklich nachher so ist Wir sehen Hier oben ist nochmal so ein Karton Echt? Cool Ja, hier ist nochmal zehn Bandagen und so alles drin Naja, das ist okay Dann ist hier wo das Krankenhaus, würde ich sagen, oder? Ja, dann würde ich das dazu so sagen, oder? Die Kranken auf einem Haus ist ein Krankenhaus Warte mal, ich versuche mal so ein Blutpak mir selber zu geben Ja, sonst können wir uns jetzt selber jedem einmal ein Blutpak verreichen Weil wir haben ja beide 10.000 Blutpak Blutpak Achso, von Äh, eine Fraktur kann man sich damit, äh Regenerieren mit, äh Morphine Auto Injector Wie? Hast du dir das ehn genommen? Ich habe mir, also ich habe mir so ein So ein Morphine genommen und ein EpiPen ein Dann zwei Blutbags und jetzt habe ich insgesamt fünf Painkillers Und, äh Fünf Bandagen Was hast du hier? Morphine, wat? Also ich habe mir ein Morphine Auto Injector genommen Und, äh, ein EpiPen Mhm Aber wer es jetzt mit, mit, mit dem Blutpak ist, weiß ich jetzt aber auch noch nicht Ja, Quisic Uni Ach, Gift Bluttransfusion, du musst vor mir stehen Warte, ich gebe dir eine Warte, da Ich gebe dir jetzt nur eine Zack, zack, zack Läuft, läuft Hast du jetzt mehr Blut? Yo, warte, warte, jetzt geblickt ihr ihn Wie viel Blut hast du denn jetzt? 12.000 Sauber Wie machst du denn das? Du musst mich normal angucken und dann, wenn da steht, gibt Bluttransfusion, mittlere Maustaste Wie heißt, wenn du die Türen öffnen würdest? Okay, jetzt, läuft, läuft, läuft Ich dachte erst, da würde ich abschließen bei mir, weil er erst so mit der Laufauflicht drauf gezielt hat Hm, warte, warte Müsste jetzt gewesen sein Jo, 12.000, sauber Geil, sauber Dann nehme ich mir noch Ja Dann werden wir mal Blutback mitnehmen Ja, gleich, Clay mitnehmen, wir Das ist aber, jetzt läuft es bei uns Ah, Blutback, ach so, okay Also, wir spielen das Spiel seit vier Tagen Ja Könnte hin, ja Ja, vier Tage Und immer lernt man was Neues Und das ist das Geil an dem Spiel Aber trotzdem fehlt, was die Leonardo schon immer sagt Ja, ja Kommst du? Warte mal Ähm Warte mal Ich Bandagen habe ich jetzt hier Morphine, ja Ich werde mir noch mal Eben mal Morphine mitnehmen hier Kann man ja Na ja, immer noch ablegen Jo Ja, ich habe jetzt nur noch einen Platz Deswegen nehme ich jetzt erstmal nichts mehr mit Ne, ich habe alle Plätze belegt So, jetzt geh mal hier Da siehst du bestimmt schon die Großzahle mit den blauen Türen, ne Für uns Hm, warte Da die auf ist, da gehen wir jetzt hin Ja, ja, ja Wir können nämlich unsere Zäune krabbeln Dann brauchen wir nicht unnötig welche anziehen Hm Da hinten schießt jemand Da schießt jemand Aber der schießt eher auf Zombies, glaube ich Ja, das war auch schnell was weiter weg Aber ich finde sicher Das hört sich wirklich so an, als ob er auf Zombies schießt Weil das ist ein bisschen durcheinander geschossen gewesen Ja, und das war auf jeden Fall, auf jeden Fall keine Sniper Das war dann viel zu schnell dafür erstens Und äh Ja Das war eher so eine Pistole, würde ich sagen Schätze auf Marco, auf die hatte ich auch schon mal Von daher kenne ich den, das Geräusch auf jeden Fall ein bisschen Korrigiert mich Leute, falls das jetzt nicht so ist, aber So Hier haben wir ein Das Nein, hier war schon mal jemand